ein gode wie herzlich willkommen zur allerersten folge fcw tv neuer verein neue saison die vorbereitung ist nun abgeschlossen über 70 spieler waren dabei manche mehr manche weniger für die weniger fitten spieler ging es ins trainingslager nach geiselwind in taktik technik und ausdauer ging es vor allem um die ernährung was ist denn eigentlich gute ernährung kilo lasagne spaghetti und pizza wahrscheinlich schnitzel mit pommes war richtig geil so mit jägersauce doch die roulade von der oma äppler bier 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 und kakao doppelkorn apfelkorn drei flaschen o-saft nimmst du noch blu curasau damit das zeug von gelb wird es dann wegen dem blauen zeug zu grün das sieht eigentlich nicht so geil aus aber im endeffekt schmeckt es echt bombastisch man darf aber auch nicht zu viel trinken trotz der hervorragenden vorbereitung gegen die ersten spiele verloren doch dann begann wir unsere ps auf den platz zu bringen die ersten spiele wurden gewonnen und die gegner in grund und boden gestampft der fc wald ems ist nun auf kurs auch für unsere heimspielstätte in stein fischbach mussten wir ein ausführliches hygienekonzept ausarbeiten das war wichtig dass der spiele durchgeführt werden können und ein sicherer start in die runde gewährleistet werden kann so wird dabei beispielsweise zwischen spieler und zuschauerzonen unterteilt glücklicherweise können trotzdem im sportlein bei werner und brigitte getränke erworben werden wenn ihr auf dem laufen bleiben wird folgt uns auf youtube facebook oder instagram facebook facebook